Störturm. Oh, Aufwischwirbel, Ace-Spec und Nice! So liebe Leute, ihr seht schon, das zweite, die zweite Hälfte des zweiten Displays liegt breit. Suchen Sie sich einen Glückspack aus? Nein, ich will nicht. Doch, los! Oh, der Matcha-Tee. Wir gehen rein. Ja, weil er dir gestern so gut getan hat. Nachdem ich auf dem Klo gewesen bin, hat er mir wirklich gut. Ach Leute, wenn ihr Esslaktur-Sundervorant seid, bestellt euch irgendwelche Matcha-Sachen immer mit anderer Milch als Milch. Ist nicht so cool. Vertraut mir. So, wir fangen an mit Sanda an. Griffel, Flampion, Quapsel, Cerapendra, Käfersammler-Set. Haben wir bei dir Ambidiffel mal gesehen? Ja. Echt? Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung. Luxio als Reverse. Flampivian als Reverse. Und ein Simsala als Holo. Tja, kein Schussball-Fahrer. Warum bist du jetzt so? Wo bin ich denn? Du bist so angepisst. Ich bin nicht angepisst. So, wir machen weiter mit dem Fair Walter. Latter, Laternecto, Morcha, Pikulente, Bumerang-Energie, Moira, Delfinator, Gymsticks-Ultraverse, Fiona-Ultraverse und ein Delfinator-UX. Ich finde das einfach dieses Artwork. Es ist einfach komisch. Hässlich. Ich würde nicht hässlich. Ja, weiß ich nicht. Es ist halt komisch. Soll ich deine Laune heben? Oh, falsch. So. Hallo? Was? Soll ich deine Laune heben? Nein. Ich tausche meine Blutmond gegen deine Luxtra. Frech. Ja, nicht frech. Doch. Gerecht. Frech. So, wir legen los mit... Aber du sammelst nicht vieler als Dach. Ja, na und? Aber du willst Blutmond. Das ist deine Chase-Karte. Krebs-Kurz. Ja, und? Chimpep. Normiefinn. Oh, Stolos. Küchenchef. Pixi. Evoli als Reverse. Colossan als Reverse. Und ein Zapdos als Holo. Nö. Was? Nö. Das sehe ich nicht ein. Warum nicht? Warum? So. Bulnona. Tromburg. Emolga. Amphisel. Juju. Glückshelm. Magnaion. Ogropon als Reverse. Delfinator als Reverse. Und Cupidos wieder als Holo. Ich mag Cupidos immer nicht. Niemand mag Cupidos. Die Tiergeistform ist wie die Schüsse von einem. Du meinst die Schildkröte mit der Schlange drauf? Ja. So. Voltrell. Lumi Spross. Gym Sticks. Elisard. Nigiragi. Farigiraf. Störturm. Oh. Aufwischwirbel. Ace Back. Und. Nice. Ne Praktibike. Illustration Rail hinterher. Und. Ein. Holo. Hisui. Arcani. Das ist doch mal ein Pack gewesen. Das schmeckt. Also. Ne Praktibike. Illustration Rail hinterher. Sehr sehr nice. So. Es geht weiter. Mit. Ilumise. Knapfel. Golking. Nasgnet. Eisenbündel. Festplatz. Florgis. Knapfel. Azurus. Flauschling. Azurus. Und. Einen. Benesaru. Als Holo. Das sieht schon mal ganz gut aus. Natürlich fluch ich langsam. So. Noch weiter mit. Imolga. Imolga. Hallo. Fokus. Wo Fokus? Simsalabim. Da ist der Fokus. So. Imolga. Piculente. Fucano. Panpyro. Glaziola. Sirapfel. Voltrian. Einen. 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 Und. Richtig. Richtig. Cool. Ofenmaske. Ogapon. Jax. Ich habe eigentlich sogar schon meine zwei liebsten Masken als Jax Karten da. Finde ich gut. Danke. Okay. So. Sonnenkern. Abra. Schnäppke. Palimpalim. Wampitz. Sinius. Quapu. Danke. Mortar. Alcervors. Flampion Alcervors. 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 Und ein Eisenblatt als Holo. Hast du ein schweres Leben? Ja immer. Das tut mir leid für dich. Immer. Jo. Nächstes Pack mit Nars Gnete. Rosanna. Flötter. Flöt. Das heißt ja auch Flabibi. Flöt. Sonnenkern. Sandamer. Lucien. Luzian. Ne. Das meine ich nicht. Achso. Flampivion als nicht reverse. Sondern Ambediffel als reverse. Benesaro als reverse. Luzian. Und ein Boninu. Boninu. Als Holo. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin zuschauen. Boninu. Sorry. Philipp war das zu laut? Ach der. Das ist am Rentenbohr. So. Wir gehen rein. Das nächste Pack. Mit Pantlamm. Ja. Rollum. Krebu tak. Dieses Rollum. Ja. Das erinnert mich ein bisschen. An dieses Vieh bei Monster Hunter. In dieser komischen Welt. Das wollte sich auch durch die Gegend. Voltrell als reverse. Gibt's. Als reverse. Und Einfuhr Stadia als Holo. Sollte ich das einfügen? Ich wollte es dir grad eigentlich die Tupionus geben. Es war grad so ein Flow. So. Abrakadabra. Sinsala. Lama. Abra. Panzer Aeron. Knapfel. Stolrak. Polipurba. Svanores. Lumiflora. Pinsel als reverse. Panferno als reverse. Und ein Kupidos als Holo. Was ist mit Kupidos heute? Ja ne. Irgendwie ist das so mein Pokémon heute. Es geht weiter mit. Quartel. Ressladero. Katabra. Tangolos. Stolos. Küchenchef. Pixi. Porenta. 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 Strehpudi als reverse. Nein. Oh. Sehr, sehr cool. Und die türkisgrüne Maske. Ugo Pony X. Als. Ultra Rare. Mein Gott. Ich muss die ganzen Rarities noch üben. Mit diesem Stamm da unten. Special Illustration Rare, Illustration Rare. Hyper Rare, Ultra Rare. Aber sehr, sehr, sehr cool. So. Wir gehen rein. Mit. Schneehebri. Danke. Okay. Pantlam. Pinsir. Fiona. Relaxo. Mopeco. Die hatten wir aber auch noch nicht gesehen, oder? Relaxo? Fanden wir das schon? Doch, hatten wir gestern. Also, die letzte Woche hatten wir das bei dir schon gesehen. Finde ich sehr cool. Also, mir gefällt das Outlook sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Finde ich richtig cool. Aber erst mal Essen. Ja, hallo. Er lebt halt das Leben, ne? Okay, cool. Hanna. Falsche Hanna. Fandra at reverse. Panzerion at reverse. Nice. Und eine Brüllschweif iX. Deswegen, zweites mit aufmachen ist immer ganz cool. Man sieht da wirklich unterschiedliche Karten. Wir haben bis jetzt keine. Kein Hit doppelt, oder? Oder vielleicht bei den Aces back, oder? Hast du da andere? Dann. Ich glaube, ich hatte andere. Also, von daher ist so, wenn man was zeigen will, so zwei Displays eigentlich immer ganz cool. Ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft so machen können für euch. Ne, ich hatte zwei andere. Ich hatte Hyper Aroma und für mich noch die. Ah, okay. So, Toxipad. Chaneera. Fandra. Quapuzzi. Nigiragi. Farigiraf. Störsturm. Turm. Turm. Mein Gott. Sonnflora als reverse. Golking als reverse. Und die türkis-grüne Maske Ogroporn als normale Holo. Wir haben es ja gleich schon fast geschafft. Ja, krass, das geht voll schnell. Aber ich muss noch dazu sagen, im ersten Display Opening ist immer so ein bisschen mehr auf diese ganzen Artworks eingehen. Wenn man die halt zum ersten Mal sieht. Und dann ist halt einfach bloß noch, also nicht bloß noch durchrocken, aber ist halt schon so ein bisschen, kann man keines bisschen schneller machen, als das schon mal gesehen. Ah, ja. Sehr cooles Pokémon. Shin... Shinux. Pipi auch. Ich finde das Artwork voll cool, ey. Ohne Scheiß. Knattox. Glaziola. Sirapfel. Voltrian. Chaneera als reverse. Kurtl als reverse. Und ein Dinglu als Holo. So. So, drei Packs noch. Zwei und dann das Glücks-Pack. Danke. Bitte. Wir gehen rein. Inchanera. Tangela. Shinux. Pipi. Sirapfel. Gotrom, auch sehr, sehr cooles Artwork. Spoiler dich doch nicht, Mani. Trace Unterstützung. Tromburg als reverse. Fluet als reverse. Und... Nice. Aber nicht falsch. Quajutsu EX vom Terra-Typ Kampf. Egal, es kommt eine Premium-Kollektion raus mit Sitra King EX und Quajutsu EX. Die werden beide geöffnet. Zumindest von mir, weil ich will die auf jeden Fall haben. Ich mag diesen Artstyle so sehr. Finde ich richtig, richtig cool. So. Wir legen los. Mit Luxio. Im letzten Pack vom Glücks-Pack. Volbeat. Goldini. Goldra. Sandamo. Lucian. Flampivian. Glückshelm als reverse. Nice. Noch eine Fionne als Illustration Rare. Und ein Fatalichar als Hodo. 3, 6, 9, 12, 15. Kriegen wir jetzt Pool 16? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber der Tisch sieht für mich gut gefüllt aus. So. Wir legen los im letzten Pack. Mit Strepoli. Toxipad. Stolunio. Sandan. Scaraborn. Delfinator. Handventilator. Ein Wivers Elizard. Ein Wivers Stolrak. Und. Schade. Schade, schade, schade. Beatori. Als Hodo im letzten Pack. Ich muss sagen. Liebe Leute. Ich finde die Ausbeute echt gut. Kann man jetzt eher weniger mehr kommen. Muss man schon. Neidlos anerkennen. So. Wir haben gezogen. Eine Spiegelung. Eine Spiegelung. Genau. Frost DTX als Illustration Rare. Wir haben ja die Brunnenmaske Ogropon. Fiona als Illustration Rare. Die türkisgrüne Maske Ogropon. Aufwischwirbel. Quajutsu EX. Die Ofenmaske Ogropon. Brüllschweif EX. Praktibike. Hightera EX. Gemma. Delfinator. Katapultra. Die geheime Box. Und. Den. Blutmond. Ja. Ich würde sagen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben. Da. Wir haben hier noch. Zwei Pokémon Display stehen. Von Paradox Rift und Gewalten der Zeit. Und ein Lokal Display stehen. Von Ursars Rückkehr. Die gibt es dann demnächst. Und. Ich würde sagen. Das war's für uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Und ciao. Ciao. Guau. So.